Würstchen, Speck, Rippen, wir essen sie gern, aber zu viel Fett. Wenn man ohne Öl kocht, haftet das aus den Lebensmitteln austretende Fett diesen weiter an. Wir stellen Starlight No-Fat-Grill vor. Er lässt das Fett der Lebensmittel während des Garvorgangs ablaufen. Das Fett tritt aus und tropft in die Auffangwanne ab. Das sind Kalorien und Cholesterin, die Sie sich sparen. Der 15 Grad Neigungswinkel lässt das Fett der Lebensmittel ablaufen. Es wird in der unteren Auffangwanne gesammelt. Mit No-Fat-Grill behalten Ihre Lebensmittel Ihren Geschmack, aber ohne dieses zusätzliche, so schädliche Fett. Erhalten Sie den Geschmack Ihrer Speisen, aber verringern Sie Kalorien und Cholesterin. Sehen Sie nur, wie einfach die Zubereitung von Hamburgern mit Käse in weniger als 5 Minuten ist. Und wie viel Fett Ihrem Körper erspart bleibt. Berechnen Sie jetzt das Fett und das Cholesterin, dem Sie in einem Jahr entgehen. Es sind bis zu 60 Kilo Fett, die wir unserem Organismus ersparen. Ein hoher Cholesterinspiegel verstopft die Arterien und beinhaltet das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mit No-Fat-Grill senken Sie zu 100% auf natürliche Weise Ihren Cholesterinspiegel. Genießen Sie gegrillte Garnelen in weniger als 4 Minuten. Für Sardinen werden 3 Minuten benötigt. Für Seehechtfilets lediglich 4 Minuten. Zwei vollständige Hamburger sind in weniger als 5 Minuten fertig. Saftige Hähnchenbrust ist blitzschnell zubereitet. Und ohne dieses ganze Fett. Seine Technologie der doppelten Wärmequelle mit Hitzeinwirkung über die obere und untere Platte ermöglicht die perfekte Zubereitung in der Hälfte der Zeit. Die Lebensmittel werden perfekt durchgegart, ohne sie wenden zu müssen. Sehen Sie nur dieses perfekt zubereitete Fleisch. Dank der Antihaftbeschichtung wird gekocht, ohne dass etwas anhaftet. Noch nicht einmal der geschmolzene Käse dieser Hamburger. Kochen Sie mit weniger Kalorien in der Hälfte der Zeit. Ohne anhaften und den vollen Geschmack beibehalten. Man kann mit anderem Kochgeschirr kochen. Aber nur Starlife No-Fat-Grill verringert den Kaloriengehalt und das Fett Ihrer Gerichte bei gleichbleibendem Geschmack. Und da er so leicht ist, kann er überall hin mitgenommen werden. Die Kupferbeschichtung ist extrem widerstandsfähig. Die Reinigung ist ganz leicht mit einem feuchten Tuch. Er ist kompakt und kann überall verstaut werden. Man kann ihn auch auf die Arbeitsfläche der Küche stellen, um ihn immer zur Hand zu haben. Holen Sie sich jetzt Ihren Starlife No-Fat-Grill. Aber das ist noch nicht alles. Nutzen Sie jetzt dieses unglaubliche Angebot und bekommen Sie gratis dieses praktische Rezeptbuch dazu. Holen Sie sich jetzt Ihren Starlife No-Fat-Grill.